so jetzt vorwärts her hab mein Auto abgebildet mein Gott da links sofort naja fahr einfach den Weg da rechts rum oder fahr da durch die Lücke im Zaun hoppala fahr einfach, fahr einfach ne, bleib stehen der ist hinter uns her bleib stehen, bleib stehen warum? ja hinter uns ist Polizei ja gut, du hast verboten das gemacht ja, du fährst schon wieder hallo? ey, grad wird unser Clan abgeschlachtet na nee, ich bin verrückt wieso? dann fährt er ja schon wieder ja, wir mussten Geld holen ne, also ich bitte sie, wir haben sie einmal verwarnt und jetzt fährt er schon wieder ja, ja, jetzt müsste er nüchtern sein dann fährt er schon nicht weiter ey, weißt du, wir müssen das mal mit einem Test nehmen ey ich musste mal ein bisschen rumlaufen dann kann er sich nicht faften so, sie werden jetzt bitte noch einmal in mein Gerät fusten ich hab noch nicht stopp gesagt puste sie, puste sie puste sie puste sie ja, ich geh morgen nicht in die Uni eieieieiei das sieht nicht gut für sie aus 2,5 ja, ein, zwei Schnaps ja, ein, zwei Schnaps hatten wir schon dabei ja, ein, zwei Schnaps hatten wir schon dabei er meint er meint ja alles klar alter, schon wieder drei Cops haben mich angehalten also drei Wagen Rainer bangen echt uns schüttet die gleich ja, 300 muss ich diesmal zahlen, Rainer ja, Rainer davor musste ich ja 40.000 zahlen, Gab ja ja, hab's gesehen wir sind jetzt frei und ich will jetzt sehen, dass der Herr Wettermog als Fahrer einsteigt, ja ok aber aufsperren muss der Herr Logan so, dann, ciao alles klar, die Herren aber auch zu Teil 3 ist, dass sie sofort mit scharfer Munition schießen wir haben ja nicht mal zurückgeschossen Rainer ja, von Polizisten ja schießen, weil sie einem auf den Sack gehen ja, dafür kommst du halt dann eine halbe Stunde ins Gefängnis wir tauschen mal wie ich da platz, wenn sie uns wiederfinden wenn sie auf einer bleiben stehen und machen, müssen wir umsteigen und dann erschießen wir einen einfach ne, ne, erschießen wir jetzt kacke weil ich hab hier noch mal eine Waffe wir fahren die jetzt hinter uns, aber du erschießt doch nicht einfach einen Polizistensinger das kannst du nicht machen das können nur die Harten, so wie ich hinter die Waffe runter, wenn die hinter uns sind soll ich sie wirklich runter nehmen? ja Rainer, du lässt uns einfach nicht einholen du hängst jetzt ab ne, das Problem ist, wenn die zu nah hinten auffahren warte mal, ich fahr mal rechts ran nicht dass da Crash gibt hey, was wollen sie denn jetzt schon wieder? wie ist dein in außen? also 2,9 Kilometer, wo seid ihr denn? bei Nacht? wir sind gerade am umdrehen ja, aber... du kannst das mal, wir holen uns bitte mit dem Helikopter an hab ich sowas nicht und fährt die Polizei die ganze Zeit den Dinger die mit blauem Licht? ne ohne so Rainer, jetzt dreh nochmal um ne, jetzt müssen wir... oh, da ist eine Straßensteppe denkst du, du kannst die nicht abhängen? ne, die haben ein besseres Auto ja toll, da ist eine Straßensteppe warte mal, ruf mal die Polizei irgendwo an wo muss ich denn hin? ich hab Angst, dass die mir wegen Lex hinten drauf fahren guten Tag was wollen die denn? oh, ok gut, danke Arma 3 funktioniert nicht mehr ok, scheiße lol wahrscheinlich kriegen wir kleine Strafzettel wegen falsch parken willst du dir nur Munition kaufen, Singer? hm Munition ich hab's kaufen, warte, ich schau mal ja ja, ich hab eigentlich sehen wir gar nicht wo die Munition hat sperr mir auf ja, brauch mal doch mal ein paar ich hab nur nix mehr ich hab kein Geld mehr ich hab auch nix mehr ja, jetzt hol dir Munition wo seid denn ihr? in welcher Stadt? wir sind beim Ganztor ok, da komm ich so dahin, aber ich muss jetzt erstmal eurem Sermacher schau bitte, dass wir dich wieder weiterfahren Singer, und wie gefällt dir das Spiel mittlerweile? saugeil, Rainer, ich kann irgendwie nicht mit ihm nein ja doch saugeil irgendwie hat die Brunizei echt nix zu tun ja, ne Rainer die haben beim Flughafen einen riesengroßen Checkpoint errichtet da sind irgendwie 10 Polizisten und Straßensperren also solche äh, aus Betonen und so ich weiß nicht warum soll ich mich zu dir hinten drauf sitzen, Singer? nicht immer zusperren oder gib mir die Schlüssel, dass ich mich einmal hast du die Schlüssel schon einmal da? habt ihr gehört? warte, ich steig wieder auf Fahrersitz ein, dann denken sie du warst das dann hast du eigentlich noch deine Rebellen-Lizenz ja, die hab ich noch jetzt hat sie das Blaulicht an jetzt hat sie das Blaulicht an ey, ihr kommt dafür noch im Knast und ich fahr euch die ganze Zeit entgegen sind sie weggefahren echt? ja, oder bei dir sind sie bei dir weg ja bei mir stehen sie vorne vorne jetzt ich kann nicht nach vorne schauen weiter ja, jetzt vor du wieder